die hau meine lieben reisverkäufer und damit ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge broadstars leute an dem titel oder am fahrrad könnt ihr schon sehen wir werden heute mal ein paar runden solos und spielen viele von euch feiern solos oder mega hart wenn ich das spiele leute schreibt gerne mal in den kommentaren ob ihr öfters mal solos oder ansehen wollt ich habe gedacht leute diese sieben pustige ein wenig und ja bevor ich mich low auf 1000 plus puste werde ich ein bisschen in solos oder ein paar videos für euch drehen wie gesagt wenn ihr mehr davon sehen wollt schreibt es gerne in den kommentaren leute lasst auf jeden fall jetzt schon mal gerne einen daumen nach oben da leute lasst uns einfach mal spontan versuchen die 2222 likes auf diesem video zu knacken und wie gesagt falls diesen kanal noch nicht abonniert habt könnt ihr auch sehr gerne diesen kanal abonnieren und kostenlos die glocke aktivieren leute es gibt jeden tag ein video es gibt jeden tag ein stream und wenn ihr bock habt und mich finanziell unterstützen möchte könnt ihr auch gerne im shop meine trader code eintragen kostet euch nichts und ihr könnt bei einem giveaway teilnehmen leute jeden samstag verlose ich zweimal 15 euro google play oder zweimal 15 euro itunes garten bis ende des monats noch an die leute die mit meinem creator code etwas kaufen und mich auf instagram markieren ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel spaß mit dem video gönnt euch das video bis zum ende let's go so leute wir kommen jetzt zum ersten game ich bin auf jeden fall mega gespannt ich habe lange kein solos oder mehr um ehrlich zu sein gespielt leider backen also back mein sound und ich höre leider keine in game sounds aber ja egal diese biene will mich unbedingt haben leute die werde ich sowas von töten die werde ich sowas von töten ja ne die teamen zusammen ok wie soll leute ja es wird jetzt länger kein solos oder mehr geben weil ich euch leider nichts weil ich jetzt hoch pushen oder allgemein sehr viel pushen und ja nice nice leute überall cross überall cross überall bienen please oh 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 mein gott ich weiß gar nicht wie hoch ich bin um ehrlich zu sein 800 900 irgend so was sieht nicht nice aus wenn alle teamen er kann mich man schon wenn er mich einmal trifft bin ich tot und hier unten ist ein ad gerne weil ich gerne in den kommentaren schreiben ob ihr es feiert wenn ich solos show dann videos drehe vielleicht können wir dann nochmal eins machen übrigens wurde auch wo wo oh ich kann denn zu werden o oh er hat das geld bleibt aber etwa ist auch tot plus 0 ok ich habe 865 trophäen so leider darauf gehts zum zweiten geberg Peer sind schon wieder daher ist schon wieder das beste video was ich aufgenommen habe Überall Bies Oh mein Gott Eigentlich wollte ich das Video nennen Rang 35 Crow Solo Show Da werde ich es wahrscheinlich so nennen Aber Oh mein Gott Es sind überall Bies Nice Leute die Taktik ist Oh da ist ein Crow Okay Leute Crow Demon mit Oh nice Ja sehr sehr nice Ich brauche aber meinen Jump Ich brauche meinen Jump Nice wir haben ihn getroffen Oh es ist echt Unnötig ohne Sounds Leute Leider habe ich wie gesagt die Ingame Sounds gerade nicht Gestern ist mein OBS gecrashed Mitten im Stream danke dafür Und ja Beziehungsweise mein Desktop Audio Oh mein Gott ich bin tot Ja Leute das war es immer wieder komplett Oh das schneide ich sowas von nicht raus Leute das schneide ich sowas von nicht raus Wir probieren noch zwei Games Wir probieren noch zwei Games Puh Leute So jetzt Einmal müssen wir ja mal Platz 1 schaffen Oder Platz 2 wenigstens Ich sehe hier schon wieder drei Bies Ne Mein Fenster Ja An meinem Fenster Nice GG Die bekriegen sich eh ne Ah ne die Team Man kennt ihn Leute Die Teamers So ich werde jetzt hier im Busch campen Und wenn jetzt ne Biene kommt Klatsche ich die weg Weil dann gibt es ne Fliegenklatsche hier Oh Mann oh Mann Ja Ja die eine Biene will 31er machen Leute Oh ne die machen alle 31er Was ist das No way Leute das ist kein Das ist nicht mehr lustig Schlimmstes Video ever Was ich gedreht habe Junge Das hast du davon Junge Das hast du davon Ich hoffe du Oh mein Gott Leute Let's go Ich hoffe dir gefällt das Minus Du willst auch noch sterben Okay kein Problem Kein Problem Gegen den Preisverkäufer hast du keine Chance Komm Ein Hit noch Nice Den werde ich sowas von töten Leute Ja Let's go Leute haut mal ein Hashtag GG In den Kommentaren Für dieses harte Outplay Oh mein Gott Das ist gar Aber egal Leute Na gut Das war aber mega nice Ne das war worth Ich habe beide Teamers getötet GG So ein gutes Game Brauchen wir noch Wo wir Teamer töten Leute für Ja Fürs Karma Ich sehe schon wieder Eine Biene Da oben ist auch noch eine Kiste Okay Ich werde die Oben links auch noch holen Wird zwar mega riskant Um ehrlich zu sein Oh ne ich hole die nicht Leute Ich hole die doch nicht Ich treffe nicht Okay Leute Hier unter mir ist eine Biene Und rechts von mir Und ganz nach rechts Ist auch noch mal eine Hier sind alles Oh lol Hier spielt einer der Boxer Der hat ja Richtige Lust Ich hole die Kiste Oben links nicht Weil ich meine Map Also meine Seite Haben möchte Wenn ich jetzt Sehr sehr nice Tschüss Biene Macht's gut So satisfying Leute Diese Teamer Alle zu töten Ich weiß Leute Ich drehe mich Aber ich töte Sofort die Teamer Ich laufe nicht mit denen hin Und töte andere Leute Ne Du schreib mal In den Kommentaren Was dir von Teamern haltet Leute Absolut lost Da teamen dir einfach Frech Der eine spielt einfach den Boxer Man kennt die Leute Den Boxer Oh Ja ok Er will campen Dann campen Na komm Zeig was du drauf hast Biene Na wenn ich meinen Jump habe Kann ich auf jeden Fall sein Äh Seine Star Power raushauen Aber dann werde ich sterben Wahrscheinlich Aber es work Oh oh Komm Ich baate Power Schuss weg Der wird nicht viel machen können Ne Leute Der wird nicht viel machen können Da ist er Lol Der Boxer Töte ihn Boxer Bist du lost Oh mein Gott Ist der lost Oh 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 nein Aber ok Leute Diesmal plus sieben Kann man auf jeden Fall mitnehmen So Leute Ich würde sagen Das war es jetzt mit dem Video Heute ein etwas kürzeres Video Heute Abend gibt es auch ein Stream Wie gesagt Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt Abonniert sehr gerne diesen Kanal Und aktiviert die Glocke Und Leute ganz wichtig nochmal Falls ihr euch was kauft im Shop Könnt ihr gerne meinen Creator Code eintragen Unter anderem wie gesagt Verlose ich jede Woche Zweimal 15 Euro Google Play Oder zweimal 15 Euro iTunes Wie ihr daran teilnehmen könnt Ist sehr einfach Leute Macht ein Video Wie ihr mit meinem Creator Code etwas kauft Und markiert mich auf Instagram Jeden Samstag Ja Poste ich die Gewinne auf meine Instagram Story Mit Beweis Dass das echte Giveaways sind Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag Oder schönen Abend Wann immer ihr auch dieses Video anschaut Macht's gut Haut rein Ciao 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 Ciao